Hallo! Hallo, Mama! Wir sind ja nicht die Ersatzeltern oder so, aber wir sind ja dieses familiäre Konstrukt, sind wir ja doch irgendwie, ne? Also ergänzend dann quasi. Ich bin ein Erzieher. Oft ist es ja so, dass nicht die Kinder das Problem sind, sondern die Eltern. Die Klausel irgendwie nicht gewuppkriegen die ganze Sache oder überfordert sind. Äh, wann kannst du wieder kommen? Äh, diesen Monat, nein, nächsten Monat auch. Ich hab keine Zeit. Tschüss! Tschüss, Hauptsache Trieb! Äh, sie schlafen. Gut. Und sie? Ging so. Was ist der große Wunsch? Ja, dass ich dann irgendwann mal zu Mama oder zu Papa komme im Sommer. Wie würden Sie sich das wünschen? Das ist ne gute Frage. Ja, das ist traurig, wenn das Kind jede Nacht hier wach wird und schreit nach Mama und halt nicht, wenn jetzt was los ist. Nur in Ruhe! Mensch, ich will los! Kapiert ihr das? Hat doch mal auf Hilfsbetreuer zu spielen. Er ist ganz schnell wütend. Der weiß nicht, wer er ist, der weiß nicht, wo er herkommt, der weiß nicht, wohin gehört. Der Tag ist einfach nur so scheiße. Ja, aber der Tag ist ja noch nicht um. Happy Birthday! Ja, ha 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 ha! Einfach dieses soziale Zusammenleben und durchs Vorleben und auch erklären, denen zu zeigen, wie es funktionieren kann. Du wirst es schon hinkriegen. Da kann man halt nur die Kinder da rausholen und dann zeigen, dass es im Leben besser geht, sodass die ihren Kindern besser beibringen. Und da ist die Hoffnung dabei. Ja, ha ha ha! Wie geht es dir? Noch nicht. Wie geht es dir?